Nein, ich lasse dich nicht gehen. Nein, ich will das jetzt nicht. Minecraft-Freunde, weiter geht's in... New Life! New Life, genau. Kalle ist nicht da, deshalb habe ich seinen Part jetzt übernommen, damit Laius wieder schön New Life sagen kann. Mein Part ist immer da. Ja, leider nicht da. Fehlen auch irgendwie ein paar andere. Was mit Kalle ist, weiß ich nicht. Duffy hat sich abgemeldet, auf jeden Fall. Ja. Aus privaten Gründen. Oh, alles voller Honig. So Leute, ihr werdet bei mir sehen, dass es ein bisschen anders so bei mir aussieht und vielleicht nicht alles rund läuft. Ich habe gerade ein bisschen technische Probleme mit OBS mal wieder. Er will das Spiel einfach nicht nehmen. Ja, irgendwas ist ja immer... Warte mal. Habe ich hier nicht schon mal irgendwo sowas reingemacht gehabt? Genau da. So. Und ich will mal an meinem Haus weitermachen. Das dachte, das muss ja auch noch, ne? So, wir brauchen... Und es wird gigantisch. Das steht schon mal fest. Aber hey, man hat... Man gönnt sich ja sonst nichts. So, äh... Warte mal, ich brauche erst mal diese hier. Und wie werden die Höhe untergehen, um Grabo... Äh... Stein... Achso. Farmen. Ähm... Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Mit Redstone. Halt die Klappe da hinten. So, ich habe es geschafft. Hier, schaut mal. 501 Sippchen, äh... Herzen. Und... Ich habe sie geheiratet. Ja. So, jetzt will ich mal... Warte mal, interagieren. Und, ähm... Ja, Chris, erst mal ein Knutschi. Und, ähm... Ich muss noch mal gucken, wie ich, wie ich, äh... Äh... Was möchtest du denn machen? Ähm... Ähm... Ach, da. Da geht das Zeugen. Okay. Genau. Äh, bevor ich hier ein Kind zeuge. Mit ihr, ne? Hier, so. Ähm... Schreibt mir doch mal in die Kommentare. Was für einen Namen ihr da haben wollt. Schreibt mir das in die Kommentare rein. Und, äh... Der schönste Name... Den nehme ich dann. Mein Kind heißt Son Goku. Son Goku. Den könnt ihr nicht mehr nehmen. Echt jetzt? Echt jetzt? Ja, klar. Okay, ähm... Das Kind fürs Leben gestraft. Ähm... Das Kind fürs Leben total... Warte mal, habe ich hier noch? Ja, das nehmen wir auch noch mit. Ich muss sowieso noch mehr von den Dinger machen. Der beste Name ever. Son Goku. Ja, ne, ist klar. Andy, wirklich? Nein. Er will das nicht? Das hört sich an wie so ein Bonbon. Und ja, ich weiß, wer Son Goku ist. Okay, ich verstehe. Ich habe Dragon Ball auch geguckt. Ähm... Aber anscheinend feierst du nicht so krass. Nein, nicht wirklich. Alles klar, dann verstehe ich das. Aber Leute, die wissen, dass Dragon Ball mega geil ist. Äh, nein. Ich finde das mega geil. Ähm... Ich sage mal so, die alten Folgen, die ersten, die haben mir noch recht gut gefallen. Aber alles, was danach kam... Sorry, nö. Ist doch einfach eigentlich bloß so eine... Die Dragon Ball Z zum Beispiel. Äh, nö. Gefällt mir nicht. Okay. Muss ich ganz ehrlich sagen. Gefällt mir nicht. Ich fand die alten... Die ersten sind immer besser. Weil das... Weil das am Anfang erst was Neues war. Und dann wird es halt bloß weitergeführt. Und es ist nicht mehr das, wie es... Ähm, nein. Äh, die ersten Folgen gefallen mir immer noch. Ja, mir ja auch. Also, ich finde die alten Folgen ja auch besser. Aber es liegt auch einfach daran, dass es das erste war, so. Von Dragon Ball. Keine Ahnung. Nein. Die, äh, neuen Stories... Ich weiß nicht. Ich finde das zu übertrieben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde die neuen zu übertrieben. Das ist, äh... Nö. Nicht wirklich. Oh Mann, wo geht meine Frau hin? Oh! So. Jetzt ist die bei Kalle. Und das ist ja auch nicht überall... Ist ja auch nicht überall so, dass es, ähm... Nur die ersten Folgen gut sind. Ich meine hier, ähm... Wie heißt das hier? Ähm... Mit Quinn Mallory hier, wo sie durchs Portal reisen da... Ich komme jetzt gerade nicht drauf, wie es heißt. Die Serie. Fand ich auch, äh... Die neuen Folgen fand ich genauso gut, wie die... Die alten Folgen. Das ist nicht immer so. Ja, nicht immer so. Das stimmt. Aber es gibt wirklich viele Serien, die das dann... Ja, nicht mehr so, äh... Das nicht so toll hinkriegen. Oder Stargate. Stargate, also das... Das feiere ich heute noch. Ja. Ich bin sowieso so ein Science-Fiction-Freund. Jetzt außer halt, äh... Star Wars, das ist nicht so mein Ding. Aber sonst so Star... Star Trek, ähm... Stargate. Und das, ja? Ähm... Ich weiß nicht, kennst du den Film Independence Day? Mit Will Smith. Aber ich kann mich gerade nicht dran erinnern. Mit Will Smith und, ähm... Jeff Godblum. Sag mir auf jeden Fall was. Ich glaube, ich kenne den Film ja, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern, dass ich den mal geguckt habe. Ja, da sind so Aliens gekommen, so, äh, in so ein paar Raumschiffen. Die haben erst das Ganze, äh, für'n, für'n Fake gehalten. Dann haben sie gedacht, das käme vom Mond. Und dann hat sich herausgestellt, das sind Aliens. Okay. So. Ja, da kann ich mich leider nicht mehr dran erinnern. So, wirklich. Okay, jetzt muss ich erstmal Holzfarm gehen, glaube ich. Ja, das ist zu wenig, definitiv. Mach mal das mal da rein. Ähm, das auch. Halt, nee, warte mal, das brauch ich doch. Nee, das war das. Das weg. Ähm, hast du Wolle? Äh, ja. Dann gib mir doch bitte mal... Warte mal, warte mal, warte mal. Äh, zwei Wolle brauch ich. Äh, Wolle geht aber hellgraue? Das heißt... Ähm. Hellgraue Wolle? Egal, die Farbe ist, glaube ich, egal. Ja, weil, weil ich wollte mal ein großes Boot herstellen. Warte mal, eins, zwei, drei, zwei. Und du musst aber achten, dass du weiße Wolle brauchst. Echt jetzt? Ja. Ich guck mal, ob das geht oder nicht. Beim Boot war es wirklich so, ich hab dann die Boote erstellt, mit grauer Wolle aber, und dann konnte ich die nicht zusammencraften. Ich meine, hier wird zwar, hier wird zwar, ähm, jetzt, äh, weiße Wolle gezeigt, aber, ich hoffe mal, dass das auch so geht. Hast du Wolle? Ja, ich hab die doch gerade hingestellt, hast du aber eingesammelt. Echt jetzt? Ja. Warum sehe ich denn die nicht? Komm die Tür nicht an, ne? Ja, ich kann, ich geb dir einen, geb dir nochmal zwei Wolle. Hast du vier Wolle? Ah, ich hab sie nicht gesehen, ich geb. Ähm, okay. Gut, dann machen wir hier. So. So. Wir bauen unser Dach hier erstmal fertig, um unsere zweite Etage. Das, da war das. Und was war das noch? Achso, die, die, die Fälle hier. Ähm, ich glaub, du hast recht. Es geht anscheinend nur mit weißer Wolle. Doof gemacht, auf jeden Fall. Hat mich mega... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wo ich die Wolle gemacht hab. Haben wir, haben wir Bone Meal? Äh, ich, ich kann noch Bone Meal machen. So, dann machen wir das da. Äh, ich kann's nicht weiß färben, jetzt ernsthaft? Moment. Vielleicht geht das ja. Äh, äh, Mythos, wegen meiner Strafe. Ja. Ähm, man kann keine Wolle Samen finden. Keine. Echt jetzt, keine Kotten? Nein. Das ist übel. Also, ich hab, ich hab überall nachgeguckt. Ich hab bei, äh, Wiki, äh, live in Suburts nachgeguckt. Äh, da gibt's die nicht. Es gibt nur diese Rohrkolben halt, wodurch du, äh, Wolle machen kannst. Aber diese Rohrkolben sind anscheinend nicht bei uns, äh, verfügbar. Also, die sind, die wachsen nur, die wachsen nur, die wachsen nur an, am Wasser, halt. Und, ähm, die gibt's nirgendwo. So. Gucken wir doch mal. Und das hab ich überall geguckt und, ähm, 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 im Singleplayer hab ich auch geguckt, extra. Und da hab ich's aber gefunden. Theoretisch sollte das doch gehen. Ja, gut, dann, äh, muss ich gucken. Hab ich schon, äh, extra eine ganze Folge lang gesucht und voll verzweifelt gewesen, weil ich nichts gefunden hab. Das, äh, ich ruf. Äh, das ist jetzt saublöd, weil eigentlich müsste das doch gehen. Was? Äh, dass ich wolle hier umfärbe in weiß mit Knochenmehl. Mit Spinnfäden habe ich nur drei. Das habe ich auch nicht. Woven Cotton. Okay. Keine Ahnung. Äh, warte mal. Bauen wir es mal hier? Die Band dran? Also, Cotton gibt's hier. Jawohl. Also, es wird mir, äh, in Not Enough Items wird's mir angezeigt. Warte, ich gucke noch mal. C-O-T-T-O-N. So, dann, äh, werde ich jetzt auf die Jagd gehen. Nach Spinnen, hoffentlich. Wohl, Cotton. Das heißt, ich geh mal in diese Richtung, da hab ich, da bin ich ja... Aber diese, diese Cotton hab ich nirgendwo gefunden. Ach nee, ich will erst mal... Lass mal's erst mal, lass mal's erst mal. Ich will erst mal sehen, dass ich mein Haus, ich wollte mein Haus eigentlich weiterbauen. Ich, ich lass mich von mir selber sogar ablenken. Ich bin irre. Ähm, nein, ich bin nicht irre. Ich denke nur an das. So, mach mal das mal da rein erst mal. Wie du's willst. Ähm, das auch. Gut. Also, äh, werde ich noch mal, äh, auf die Suche gehen. Auf jeden Fall. Jo. Wenn's die doch gibt. Geben tut's ja auf jeden Fall. Ähm, das ist rohe Ratte. Dann, das da mal... Nee, das, das bleibt bei Papa. Also, aus Wolle doch auch diese Cotton herstellen können, oder nicht? Oder? Aus Wolle? Nein. Nein, nicht, dass ich wüsste. Warte mal. Äh, nein. So. Moment. C. O. T. Da haben wir's doch. So. Was war das jetzt? Nein. So, nicht. So, nicht. So, nicht. So, einen ganz kompletten Stick Cotton in meiner Hand. W.O.L. Aber ist wieder weg. Schade. So. Dann machen wir hier mal U. Cotton. Äh, nein, so nicht. Oh. Cotton erfinden irgendwie. So. Nein, da kann man gar nicht Cotton ausmachen. Leute, wie machen wir den Boden? Erzählt mir, machen wir den aus Holz? Wäre das vielleicht cool? Wenn wir den aus Holz machen würden? Also, auf jeden Fall, äh, nein. Nein, das machen wir nicht. Wäre nicht so cool. Was? Ich, ich, ich bin gerade, ich bin gerade mit dem Gedanken ganz woanders. Ich will Holz farmen eigentlich. Axt brauche ich noch. Ich komme noch dazu. Irgendwann. Vergiss es doch nicht zu verzaubern, wenn du ein Level hast. Äh, 23 Level habe ich. Ja, dann mach. Ähm. So ein Level up ist, dauert der eh sowieso richtig lange. Von daher würde ich den verzaubern. So. Nee, halt so will ich das. So. Dann haben wir ein paar Sticks. Äh, nein, was mache ich denn? Ich muss doch da dran. So. Oh. Zack. Zack. Äh, nein. So. Wir müssen auf jeden Fall in der nächsten Folge nochmal, äh, Marmor farmen gehen. Dabei können wir dann natürlich auch, äh, nochmal diese Kottel suchen. So. Die Erde lasse ich auch erstmal hier. So. Und jetzt wird Holz gefahren. Ich hatte doch, ich hatte doch, warte mal, aus, äh, nee, ich wollte hier eigentlich die Bäume mal in Ruhe lassen. Schauen wir mal mal. Ich wollte mal dahin gehen, wo es nicht so dolle stört, wenn die Bäume weg, weil ich will, beim Dorf möchte ich ganz gerne die Bäume so lassen. Boah, ich habe gedacht, ich hätte jetzt Kotten gefunden, das wäre geil gewesen. Ähm. Aber das war noch ein Blümchen. Ja, das wäre wirklich cool gewesen. Das wäre wirklich cool gewesen. Ja. Mal eben um die Ecke gehen. Halt, warte mal, ich wollte eigentlich mit der Axt. Aber unwahrscheinlich, dass du irgendwo hier in der Nähe welche findest, weil ich hier alles abgegrast habe. Wirklich alles. Komm schon. Alles, was ging. Fall runter. So. Ich gehe nochmal dahin. Hauen wir das noch weg. Gut. Ah, hier hat er mir ein Teil stehen lassen. So. War ja klar, dass da irgendwie fehl war. Gut. Das wird von alleine despawn. Auf jeden Fall brauche ich Holz. Ja. Was für Holz denn? Äh. Vorzugsweise Eiche. So. Aber ich muss auch nachpflanzen. Das darf ich nicht vergessen. Sonst haben wir nicht bald keine Bäume mehr. Ich glaube ich, 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 wir müssen mal, äh, weißt du, wo ein Dschungel ist? Ich weiß noch ungefähr, wo ein Dschungel ist, glaube ich. Aber, ähm. Äh, Dschungel, Dschungel, Dschungel. Weil es gibt diese Palmbäume. Äh, ich weiß es jetzt nicht. Wie das, ich, ich, ich würde mir gerne wissen, wie das Holz dort, äh, ich glaube, das ist normales Dschungelholz, oder? Ja. Na, ich weiß es nicht. Deswegen bin ich da nochmal. Vielleicht finden wir sowas hier nochmal. Aber ich will jetzt erstmal Eichenholz hier farmen, dass wir, dass ich wieder Holz hab. Du kannst so, äh, die zwei Bäume vor meinem Haus ab. Äh, wollte ich eigentlich nie. Ich wollte die da, äh, ich wollte eigentlich, äh, bei uns im Dorf die Bäume immer so ein bisschen lassen, dass das so ein bisschen grün noch ist und so, dass es schön ist. Ja klar, verstehe ich. Aber, ähm, die wachsen so in mein Haus rein. Deswegen werde ich die wahrscheinlich wegmachen. Achso, okay. So leid es mir auch tut. Es tut dir gar nicht leid, sei ehrlich. Äh, nee, ist nur ein Spiel. Du bist ein Baumörder. Nee, ist nur ein Spiel. Du bist ein Baumörder. Machst du doch auch gerade, oder nicht? Ich pflanze aber direkt wieder nach. Du sagst, du sagst, ich bin ein Baumörder und in dem Moment tust du selbst einen Baum abfahren. Vor allem, äh, ich pflanze gleich mehrere Bäume nach, ne? Also nicht immer nur einen. Hä? Das ist natürlich gut. Außer ich kriege keine Setzlinge. Ah, gut. Ah, 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 ah. Ich bagge. So. Wie du fällst. Ich bagge. Ach, du baggst. Aber richtig hart gerade gebaggen. Das ist Bodo mit dem Bagger und der baggert. No. An meiner Wand bringe ich jetzt ganze Zeit. So, und es wird gerade dunkel. Ich hoffe, dass auch ein paar Spinnen kommen. Ja. Aber auch so langsam ist die Folge schon wieder zu Ende. Ja, ja, ja. Jetzt lassen wir noch ein bisschen noch. Komm schon. Ja, okay. Wir haben 16 Minuten jetzt, also. Ja. Ich glaube, ich bin gerade vergiftet worden. Weil ich immer derjenige bin, der sagt so, jo Leute, äh, ich glaube, äh, vorbei, äh. Ach, Quatsch. Das denkst du nur. Hä? Was war das denn? Echt jetzt? Ach so, weil ich in Hocke bin. Ich wollte nur nicht runterfallen. Also, wenn man in Hocke ist, dann, äh. Oh. Dann? Da ist ein Haufenzeug runtergefallen. Egal. Kletter ich jetzt nicht runter. Ich werde, ich mache, ich versuche gerade so eine Hauseinteilung zu machen. So. So, ähm. Auf jeden Fall. Hier oder hier. Machen wir hier mal. Eine Hausteilung. Warten wir, bis der Metas fertig ist. Jo, ich bin gerade dabei, wieder nachzupflanzen. Und nicht gerade knapp. Aber wir wollen ja viel Holz auch, ne? Ich weiß gar nicht, wie viel Holz ich da jetzt habe. Wollte ich gleich mal gucken. So. So. Also, auf jeden Fall über ein Stack, würde ich behaupten. Und trotzdem wird es nicht reichen, bin ich mir sicher. Ja, etwas über ein Stack, habe ich jetzt. Warum gibt es nur so wenig Holz auf dieser Welt? Na gut, wir sollten es erst mal farmen, ne? Weil du meinst zu wenig nachzupassen. Eigentlich ist er... Ach, nö. Also, nachzupflanzen tue ich reichlich. Guck dir den Wald an, was ich hier gepflanzt habe. Du, 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 du tust zu schnell abfarmen und die Pflanzen, also die wachsen nicht so schnell genug. Oh, 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 der hat aber ordentlich Holz gegeben jetzt. Gut. Gut. Die kommen schon mal weg. Hier in Raum, hier in Raum, hier in Raum. Oh, ist ganz gut. Ich glaube, hier, das hier machen wir zum Kinderzimmer hier. Ähm, so. Hier werden wir das Schlafzimmer machen für uns, für unsere Frau und mir, ähm, damit wir schön ganz weit neben dem Kind sind. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig, gerade wenn es jung ist. Und ich denke, hier werden wir unser Wohnzimmer machen. Und unten wird dann die Küche sein und, äh, das Essen, das werden wir auch nochmal einteilen. So, da werde ich ein ganz Axt bauen. Vielleicht werden wir unser Haus nochmal ein bisschen was anbauen, aufs Wasser rauf. Ihr wollt ja gerne, dass ich auf der Terrasse einen Wasserfall mache. Ich habe überlegt, dass wir vielleicht aufs Wasser raufbauen, in Haus, unser Haus, ja. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wer das findet. Und dass wir dann unsere Terrasse über dem Wasser auch instant haben und dann schön den Wasserfall runter machen können. Und da noch einen kleinen, äh, exotischen Garten ran bauen. So, ganz wichtig, ganz wichtig, schreibt das bitte bei Mr. Lyris in die Kommentare. Damit er auch weiß, dass es zu ihm gehört, weil, ne, uns verpasst er da vielleicht den einen oder anderen Kommentar. Oh, alter, Spitz, hier kann man aber ordentlich runter jetzt. So, also, dann ist es von meiner Seite aus jetzt gewesen. Echt jetzt? Sag mal, nicht so faul. Die Zuschauer wollen mehr. So, ähm. Und außerdem will ich jetzt auch gerade mehr. Ich brauche mehr Holz. Nein, ich lade dich nicht gehen. Nein. Ich will da hier nicht. Okay. Dann bleibe ich im Haus und warte. Alter, spiele ich, weiß bald nicht mehr, wo ich Bäume hinpflanzen soll. Dann mache ich so lange meine Einträge. Oh, nee, so nicht meine Freunde, so nicht, so, so haben wir aber nicht gewettet hier, ne? Machen wir das, machen wir das so? Ich grabe so lange, solange du noch da am Wirtschaften bist. Ein Skelett? Echt jetzt? Leute, ich will doch bloß Bäume farben. Ich glaube, die haben was dagegen. So, nicht. Ey, lass das, lass das. Echt mal. So. Wie lange brauchst du doch? Ist 21 Minuten dabei. Hey, Spinne. Ja, gib mir Fäden, gib mir Fäden. Jawohl. Wie viele habe ich? Zwei Stück nur? Echt jetzt? Irgendwas. Äh, Ratte, 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 Ratte. Ich kriege hier alles, was, nur nicht das, was ich will. Ich wollte eigentlich nur Holz. Ey, weißt du was? Doch, ich habe die Faxen dick. Ich gehe jetzt zurück. Ähm. Warte mal. Ne, das war eine Schlange, keine Spinne. Wäre es eine Spinne, hätte ich mir die jetzt geholt, weil ich brauche unbedingt weiße Wolle. So. Ja, aber was hat, äh, Spinne mit weiße Wolle zu tun? Äh, Fäden. Ah, ach, du kannst mit Fäden, äh, Wolle machen, ja? Ja. Ah. Das geht auch im normalen Minecraft. Echt? Da kann man mal sehen, was du für Minecraft-Noob bist. Finde ich auch. Gebe ich offen zu. So. Okay. Äh, hier nochmal ein bisschen, ähm, flirten. Ne? Flirten, flirten. Warum nicht, wenn wir ausgeben, was? Äh, warte mal. Ähm. Warte mal. Interagieren. Äh. Küssen. Äh, was? Das war etwas feucht und schlappig. Was? Was hast du denn gesagt? Irgendwann, ne? Irgendwann lass ich mich scheiden. Oh, das ist hart. Frisch verheiratet denn schon sowas. Echt jetzt? Du. So, warte mal, warte mal, warte mal. Äh. Immer noch. So, jetzt, ähm, gut. Probieren wir es anders. So. Es ist, äh, der Gedanke, was? Sag mal, was bist du denn für eine? Ey, die ist voll gierig. Ich denke mal, dass wir hier, dann... Das besser? Aha. Warte mal, ich probiere mal was anderes. Das hat nämlich auch ein paar Zuschauer geschrieben, dass ich das mal probieren soll. Das ja Redstone mag, ne? Äh, interagieren, schenken. Ist das das, was du ein Geschenk... Was? Ernsthaft? Die will halt nicht. Die will kein Redstone. Oh, du schenkst nicht. Äh. Äh. Der Redstone-Block will sie nicht interagieren, schenken, willst du das? Alter, der... Ich würde das nicht auf die Spitze treiben. So, ich hab dich sogar beschützt. So, nein. Beenden wir das jetzt an dieser Stelle. Ich sage, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. 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 Musik. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020